Wir nehmen jetzt einfach die Trainer hier nämlich auch noch mit Und dann müssen, muss ich es einfach schaffen, bleibt ja gar nichts anderes übrig Wenn ich zwei Arenen, die ich nicht hinkriege, gibt's nicht Das ist so furchtbar Aber gut Irgendwie wird es hinhauen Buddy Slam Citra King kriegen wir auch platt Und wenn's wieder nicht klappt, dann nehme ich einfach meine drei Kack-Sonderbonbons Ich muss einfach nur auf die Augenhöhe von dem kommen Und da kommt der nächste wieder, das ist genauso scheiße Ich kann's aber noch nicht benutzen Boah, es ist ätzend Gut, nochmal safe staten Heilen Nochmal safe staten So Wir Na wo hab ich's Ähm So So Das ist jetzt mein erster Versuch Nein Das ist jetzt mein erster Versuch Täusch mit Skaza So Wie gesagt Wie gesagt, wieder nicht wundern Ich hab wieder zwei Saves angelegt Hab ich jetzt getauscht Ich hoffe Ich hoffe Ne Gut, das wird überhaupt nichts Dann Mach ich das jetzt so Hä, wo hab ich denn Kriegt jetzt Impergator Äh, Hydro-Pumpe Ah, cool Ähm Wenn wir den Biss hat nur 60 Na komm Sonderbonbon Und noch eins So Versuch Nummer zwei Mit Impergator hat es ja Alter Mir gar nicht genervt Nicht Ganz gut Geklappt Am Anfang Jetzt haben wir Hydro-Pumpe Jetzt Äh Na Hoffe ich, dass es jetzt besser funktioniert So Safe state Komm schon Impergator Komm schon Ich zähl auf dich Hydro-Pumpe Auf geht's Matschbombe Kein dir überhaupt nichts Aha Ja Volltreffer Ach Dämlicher Hypotrank Ey Komm schon Boah Ich krieg das hin Wurde, wir beginnen es mal mit Saufer Vielleicht zieht das mehr ab Nein Kann ich verhindern, dass Er schwer vergiftet wird Habe ich nicht Nein Okay, Toxin kann ich nicht verhindern Dämliche Matschbombe Dämlicher Hypotrank, ey Ja, aber wart nur Was du kannst Kann ich schon lange Ähm Wenn ich's find Okay, anders So Alter Ey, jetzt macht der Das ist nicht nervig So Jawohl Gut Erster ist Platt Dann weiter geht's Dann weiter geht's Das ist die Nummer 2 Nummer 2 D Äh Nummer 2 Nicht wechseln Das war mir fast klar Das war mir fast klar Wer kommt Tohaido Boah Jawohl Jawohl Sehr gut Okay Okay 58 Wer kommt nach Tara Dann müssen wir jetzt wieder Ähm Mit Gelebe arbeiten Doch Das machen wir jetzt auch Macht nur Fluch Und dann probieren wir Gigasauber Ja, das bringt nichts Stärke Stärke Nein 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 Hm Okay, das bringt überhaupt nichts Billen wir's mit Scaraborn Ja Das macht überhaupt nichts Denn wir haben's geschafft Oder kommt noch einer Ja Danke Sehr geil Oh, Halleluja Jetzt nochmal schnell ins Pokémon Center Na komm Da ging jetzt zwar meine Sonderbobons drauf Aber das macht überhaupt nichts So Eins, zwei Und dann probieren wir's jetzt nochmal Ja, wir können's saufen Sehr cool Achso, Halt Nach Moment Der ist nämlich Ähm Schon Level 60 Der braucht jetzt kein Training vorerst Hier kommt jetzt Wasser Pokémon Wir sind jetzt zwar nicht so dolle stark Aber Das reicht Zum Level So, da ist noch einer Und schon wieder die Tastatur Ich hab wieder so schwitzige Hände Weil ich total aufgeregt bin grad Dämliches Wachzug Hiebgedönse da Ey Nein Na komm Ha Maschok Ja Perfekt Da ist 47 Okay Dich nehm ich mit Köpftur Gibt's einiges in Erfahrung Ja Perfekt Na Tust du nicht Hallo Komm schon Hallo Sagen Geht's los Hier Okay Durchbruch Und Durchbruch Volltreffer Karathos Kriegen wir auch noch hin Nein Nicht schlimm Gluck gluck Ja ja Mach mal gluck gluck So Wie sie mich alle ignorieren Und an mir vorbeischwimmen Ey Boah Dann mach viel Ender Mein Gott So Ich glaub nicht das Level 60 Oder je nachdem wie viel ich schaffe Reichen wird um Da zu Gewinnen Ey Okay Das sind Doppeltkampf wieder Viel Ender Auf den Und Gigasauger Auf dich Und du bist ein Wasser Pokémon Das heißt Das haut richtig rein Jawohl Perfekt Oh Da gibt's Einige Trainer Sehr schön Ich weiß wo ich noch trainieren könnte Das sind wieder starke Trainer Da geh ich glaube auch noch mal rein Ähm Ja ich muss jetzt Eben leveln Das hat keinen Sinn Weil Ja Sonst Wie ihr gesehen habt Ich krieg Dieses Dämliche Äh Den Einen Trainer Nicht Wenn ihr wisst was ich mein Bin schon froh Dass ich den hinbekommen hab Jetzt Ey Garados Will ich nicht Muss ich nahe wieder so viel leveln Ich krieg das nie hin Aber ich Ah ja Ist auch kein Problem So Ja Tut mir leid Ich hoffe es macht euch Bisschen Spaß Ich versuche auch in der nächsten Aufnahme Ein bisschen mehr Meine Freude zum Ausdruck zu bringen Aber wir sehen uns Ciao ciao Das ist ja Das ist ja Das ist ja